Die Linie ist hintergegen. Die Linie ist unbesäumt und in die Linie rein. Das Einatmen geht jetzt viel weiter. Das Ausatmen geht leichter, aber du musst dich selber aufsteigen. Das ist ganz voraus. So, das ist die Linie 1. Wenn wir jetzt im Gerät sind, da tauchen wir es mal. Plötzlich wird es Ampelrot. Das ist die Linie 1. Das ist die Linie 1. Wir werden die Linie 1. Wenn wir jetzt reinigen. Bis zum nächsten Mal.